Hallo Leute, Drehtag 2. Wir sind jetzt hier gerade schon in der Stadt. Wir haben schon mega lange gedreht. Wir sind seit ungefähr 7 Uhr auf den Beinen, bin ich. Wir wollten viel früher aufstehen, aber hatten noch ein bisschen Probleme mit unserem Palaya. Der hat ein bisschen Blödsinn gemacht. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon den halben Tag am Drehen. Ich hätte euch gerne ein paar andere Szenen schon gezeigt. Aber ich hatte keine SD-Karte hier. Jetzt habe ich eine. Und ich glaube, ich stelle euch jetzt mal das Kuh soweit vor. Das da, das ist der Maurice. Der dreht einen Block zu... Kein Block, der dreht einen Make-In-Off zu dem Projekt hier. Und das da, das ist Kiefer. Den kennt ihr aber schon aus anderen Videos von mir. Hallo Kiefer. Du bist nicht mal bei den blödesten Momenten. Meine Haare nicht gemacht jetzt. Ja, hast du verdient. Auf jeden Fall, er ist der Regisseur von dem Ganzen. Und er hat ja schon die anderen Videos, die anderen Lookbooks gedreht. Ihr kennt ihn ja und seine Arbeit kennt ihr ja. Und das hier, das ist Jan Hendrik. Servus. Er macht die Kamera hier für alle Drehs gerade. Und ja, das ist auf jeden Fall alles mega cool. Und ihr wisst ja noch gar nicht, was jetzt die nächsten Tage passieren wird. Auf jeden Fall, morgen fahren wir zu den National Parks hier in der Nähe. Wir haben uns Autos gemietet oder ein Auto gemietet. Und wir haben auch eine Drohne dabei. Mal gucken, hoffentlich. Heute ist der Wind eigentlich ganz okay. Wenn er morgen so ist wie heute, dann lässt das hoffen, dass wir morgen die Drohne steigen lassen können. Und ja, das ist jetzt mal erstmal so ein kleines Update zu dem, was gerade passiert ist. Und mein Arm wird langsam auch ziemlich lang. Deswegen... Stell dich mal nicht so an. Ich muss hier 20 Kilo tragen. Ja, okay. 20 Kilo? Nein. Oh, ich dachte schon. Das Lustige einfach an Essland ist, was mir immer wieder auffällt, ist diese Sprache. Die ist... Also das Essenisch, habe ich auch erst gestern gelernt, dass es Essenischer ist. Auf jeden Fall, die packen einfach in alle möglichen Wörter, die man ja so normal kennt, einfach nochmal ganz viele Vokale rein. Und dann hat man Essenisch. Ich werde euch das jetzt mal so gleichzeitig... Guck mal, was ist das denn bitte für ein Wort? Warte, ich zeig's euch mal. Was soll das heißen? Seht ihr, was ich meine? Die stehen richtig auf Vokale, die Essen. Essen, Essen, ja... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, Leute. Wir drehen jetzt gerade einen kleinen Shot für diesen Imagefilm, den wir für mich machen. Und dafür wird er hier mit der Kamera um mich herumlaufen ein paar Mal. Und ja, das seht ihr dann in dem Video. Das kommt bestimmt rein. Und das ist einfach so mega cool. Wir haben dafür so eine Steadicam, das heißt DJI Ronin. Das ist alles so ein Zeug, das hätten wir uns gar nicht leisten können. Das war gerade für mich ein bisschen zu schwierig, das wirklich in diesem richtig richtigen Shot zu sagen. Wir haben gerade so einen kleinen Shot gedreht, wo die mit der Kamera um mich herumgelaufen sind. Und ich habe dann in der Mitte gevloggt. Und das mit diesen ganzen krassen, bewegten Kamerafahrten und so weiter, das geht alles nur, weil wir einen DJI Ronin haben. Und das ist alles so ein Equipment. Wir haben so viel Equipment, was ich mir sonst eigentlich gar nicht leisten könnte. Das kann ich mir alles nur leisten, das für diesen Dreh zu mieten und so weiter, weil wir finanziell unterstützt wurden bei diesem Dreh von Ciro, also der Firma, die hier diese Uhren macht und mit der ich ja auch cool zusammenarbeite. Und Golla, eine andere Firma, die machen Taschen, so Kamerataschen und Laptop-Taschen und Handytaschen und diese ganzen Sachen. Und ja, ohne die wäre diese Produktion hier einfach mal nach Estland zu fliegen und so krasse Videos zu machen, einfach überhaupt nicht möglich. Deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass die uns da unterstützen, weil, ja, ich denke, ihr werdet alle euch freuen, dass die uns unterstützt haben, weil ansonsten könnten wir so krasse Videos gar nicht irgendwie auf die Beine stellen. So, wir haben jetzt hier an dieser Location abgedreht und es war wieder ein richtig, richtig krasser Shot dabei, den wir ja zum Schluss gemacht haben. Und das ist immer so blöd. Ich sage euch das jetzt alles so, ja, das ist voll krass, blablabla. Und ich werde es euch ja jetzt noch nicht zeigen. Ich habe die Sachen zwar gleich auf meinem Laptop, aber die werden natürlich erst im endgültigen Video dann rauskommen. Wohin geht es jetzt? Wohin geht es? Jetzt geht es zur WG Sarah. Liebe Grüße an WG Sarah. Hallo WG Sarah. Die stellen uns die andere Location zur Verfügung. Was zum Teufel sind das für Wörter? Ich check gar nichts. Alles klar, verstehe ich. Das hier ist einfach so krass, wenn man hoch und runter tiltet. So, wir haben jetzt gerade in einer anderen Location gedreht, in der WG von den anderen Leuten. Und da haben wir jetzt ein paar Szenen gedreht. Ich glaube, ihr habt eine Hyperlapse davon gesehen oder eine Timelapse. Und jetzt steigen wir ins Taxi und fahren zur nächsten Location. Na, Kumu? 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 Ich habe gerade schon überlegt, das zu streichen. Oh Leute, ihr seht es hier. Es sieht einfach so schön aus. Es ist unglaublich. Es ist echt krass, was die Jungs hier für Locations gefunden haben. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Das ist erst der erste Tag. Ich hoffe einfach, euch wird das so gefallen. Zieht euch das an. Heftig. Aber Tallinn ist echt so irgendwie, man läuft durch die Stadt und sieht an jeder Ecke irgendwas, was man am liebsten gerade abfotografieren und auf Instagram stellen möchte. So, das mache ich auch die ganze Zeit. Deswegen, äh, das mache ich auch die ganze Zeit. Deswegen spamme ich gerade ein bisschen auf Instagram. Aber, äh, ne, macht dann nichts. Wir sind jetzt im Reddison Blue Hotel hier in, äh, in Wings-Talin. Und da im 24. Stock und filmen jetzt hier in der Skybar. Das, äh, haben die letzte Woche abgeklärt. Und hoffentlich gilt das immer noch. Also hoffentlich ist es immer noch okay. Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt hier oben. Und da haben wir dann natürlich eine Aussicht, die ist nicht schlecht, würde ich sagen. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht über die Spinn. Heftig aus. Ich habe doch überlegt, ob ich euch das wirklich schon zeigen will. Oder ob das so ein Highlight fürs Video sein soll. Wahnsinn hier oben. Und hier drehen wir jetzt. Leute, das Video. Die Videos werden einfach mega heftig. So, wir haben jetzt hier abgedreht in Reddison für jetzt gerade. Wir kommen aber heute Abend wieder. Und diese Aussicht ist echt unglaublich. Und heute Nacht sehen wir das Ganze nochmal. Also, ja, wer das Video nicht anschaut, dann später, der verpasst was. Jetzt wird es endlich Zeit für ein Päuschen. Wir trinken jetzt mal einen Kaffee. Und dann wärmen wir uns auf, laden ein paar Akkus auf. Und dann geht es weiter. Bye. Bye.